Mein Name ist Jakob Geditz, ich bin Vorstandsvorsitzender der Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Überall da, wo es am schönsten ist im Land, finden Sie eine Jugendherberge. Jährlich begrüßen wir über eine Million Übernachtungsgäste. Jugendherbergen sind auch mal ein bisschen mehr als ein Tag über dem Kopf. Sie bieten Angebote, Teambildungsangebote, Erlebnisprogramme, kulturelle Angebote, was unsere Gäste zu schätzen wissen. In Jugendherbergen wird Gastfreundschaft großgeschrieben, kleine und große Gäste fühlen sich in Jugendherbergen wohl. Dort erlebt man Gemeinschaft, Zusammensein. Das ist das, was unsere Gäste wünschen. Dort fühlen sie sich wohl. Da sind wir auch stolz, für unsere Gäste arbeiten zu dürfen und sind froh, wenn wir glückliche, zufriedene Gäste haben. Die in Rheinland-Pfalz und im Saarland sind besonder schöne Jugendherbergen und davon überzeugen sich jährlich über eine Million Übernachtungsgäste. Und das spricht für unsere Ursachen. 44 sind meine Idee. 45. 45. 45. 45. 40. 45. 53. 63. 62. Vielen Dank.